Wir stehen hier in der Festrupper Dorfstraße. Für mich sind das im Moment wieder unhaltbare Zustände, die schon seit Jahren existieren. Wir können wirklich mit Besuchen nicht mehr draußen sitzen. Das ist so eine Lautstärke, die sich noch in den letzten Jahren verschärft hat. Wenn man zum Beispiel die Straße sieht, wie man auch hier sieht, extreme Löcher in den Straßen drin und seitens der Politik oder der Straßenbehörde, der Denkmalschutzbehörde hat sich bisher nichts getan. Ich finde das mittlerweile erschreckend, weil das Wohnen hier wirklich so keinen Spaß gemacht hat. Die Lautstärke, man muss das mal erlebt haben, wie es hier ist, also es ist nicht mehr tragbar, hier wirklich zu wohnen. Also ich habe im Jahr 2004 hier dort ein Wohnhaus umgebaut zum Wohnraum, einen Viehstall, einen ehemaligen. Mit heutigem Wissensstand würde ich es nicht mehr machen, weil die Lautstärke so gravierend in den Jahren zugenommen hat. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, obwohl ich hier seit meiner Kindheit im Prinzip aufgewachsen bin mit einer kleinen Unterbrechung, fünf, sechs Jahre Studium. Es macht wirklich nicht mehr Spaß und die Lautstärke, es ist nicht mehr würdig hier zu leben. Es ist einfach nur noch erschreckend laut. Unterbrechung? Untertitelung des ZDF, 2020